So Leute, ich bin heute wieder mit Tim unterwegs, der ist hinter mir. So Leute, ich bin heute mit Tim unterwegs. Das ist der Busseil hoch, das ist der Busseil noch im ersten Gang. So Leute, ich bin heute mit Tim unterwegs. So Leute, ich bin heute mit Tim unterwegs. es geht doch ab hier Alter, das Loch war richtig tief Leute, es geht so ab heute es geht so ab wie bisschen kalt es ist es tut mir leid, dass ich so wenig rede ich muss mich voll konzentrieren eben diese Schlammlecher waren so tief Alter Leute, was ist das für eine Tour heute mein Vater guckt das Video nicht Ups Ups keine Ahnung ich kenn mich ja auch nicht aus weißt du da wo wir sind Ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööt so Tim, Tim bin hier runter es wird einmal vor Ich habe aber keine Ahnung, wenn wir mit der Karre liegen bleiben oder sowas, wo wir sind. Warum sollen wir liegen bleiben? Ja, weil die Kiste manchmal nicht schaltet. Ja, oder was da außen wir warten müssen. Willst du jetzt wirklich da hoch oder was? Ja, der Putzau, alter. erstmal gucken, dass wir wieder irgendwo hinkommen, dass wir wissen, wo wir sind weil mein Krott heute gerade auch schon endlich schreit und da müssen wir hin aufpassen oh, wir wissen wieder, wo wir sind, geil wir wissen, wie wir sind, wir wissen, wie wir sind, wir wissen, wie wir sind, wie wir Das ist voll anstrengend, dass du da drauf hinten überhaupt sitzen kannst, ich hätte mir einkacken gehabt, da oben habe ich alte Klamotten angezogen, das war witzig, aber oben am Anfang in diese ersten tiefen Schlammlöcher, ich habe gedacht ich kipp um und ihr seid ja auch, Tim fährt so rein, aber plump Am Anfang der war überall geil, der war krass, da wusste ich aber auch noch wo wir lang fahren müssen und so, wo wir raus kommen und so war Das ist ja nass! Warum bist du nicht durchs Wasser gefahren? Warum fährst du nicht durchs Wasser? Das ist ja der alte Steinbruch Das ist geil hier, gerade im Sommer Der driftet hier um jede Kurve Das ist schon geil hier Das ist schon geil hier